So, jetzt sind wir bei Saal 14, oh, das ist auch nicht so knusprig. Ja, das ist, das hier mal, wenn ich das machen soll, das ist genau wie so. So ein gewissen rotz. Ah, da sollte man, sollte man, man sollte auch mal, das ist ein King dikloch, das ist ein Köpfen, heiii, scheißt die Wand. Aber man sollte es auch nicht durchkommen sind. Nochmal ein gewisser Kampfschluck von einem gewissen Cola-Mix Nochmal ein gewisser Kampfschluck ein gewisser Kampfschluck ein gewisser連'm Das war's für heute. So, so, so. Ich komme nicht so früh. Wenn der mal rumkommen geht. Weißt du, wenn der mal rumkommen geht? Diege. Aber blöde jetzt. Und dann klatsche ich halt mal da nachgegen. Das ist schon so ein bisschen... Ich weiß nicht. Das ist genau so eine Scheiße, die man nicht vor Ort macht. Ich habe teilweise was gesehen. Und werde jetzt gleich... Mal in gewünschen Hinsicht... Was soll ich es ausprobieren? Ja, so ausprobieren wollte man es eigentlich nicht. Aber Bildi war jetzt nicht so ganz gewissermaßen verkehrt. Was sag ich doch an das? Hätte beinah für Gold gereicht. Beinah, Alter. Ja, sonst wo am... Nee, 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 nee. Ja, und das war jetzt so mal lalalalala gelingt. Und das ist dann Gold. War zwar jetzt nicht ein besonderes, aber ja, egal. Besser wenigstens. Oh, da kann man flutschen.